Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Wir sind mal wieder bei Dr. Herman und haben von Murray den Entwickler besorgt. Fixiermittel, wie es bei der Fotoentwicklung verwendet wird. Und damit dürfte es jetzt möglich sein, dass er uns die Fotos entwickelt, netterweise. So, mal gucken, ob das jetzt auch alles so klappt. Ich muss meine Arbeit erledigen, bevor ich die Bilder entwickeln kann. Was ist an diesem Film so wichtig, dass Sie damit zu mir kommen? Das werden Sie selbst sehen, Doktor. Entweder Sie sind wichtig oder auch völlig nutzlos. Okay. Gut, dann gehen wir wieder. Dann haben wir hier soweit alles erledigt. Und ich denke mal, wir sollten dann zur Kirche gehen. Können wir auch direkt die Klinikate benutzen. Und gucken mal, ob wir jetzt reinkommen. Mal sehen. Oder ob wir da immer noch nicht rein können. Weil dann wird es schon ein bisschen schwierig. Dann wüsste ich jetzt auch gar nicht, was wir jetzt als erstes Mal machen könnten noch. Aber das wird sich dann schon zeigen. Die Kirche ist abgeschlossen. Immer noch. Das ist ja blöd. Gut, dann kommen wir jetzt hier auch noch nicht weiter. Dann sollten wir uns vielleicht noch mal umschauen, ob wir nicht doch noch den Pfandschein finden. Irgendwas im Briefkasten? Da ist keine Post. Okay. Dann gehen wir mal rein. Vielleicht. Ich meine, wir haben ja nicht direkt irgendwie ein Zimmer von Henry. Oder ob er den wirklich bei sich trägt. Das wäre natürlich, dann müssten wir erst mal Dr. Herman irgendwie ablenken. Weil hier haben wir jetzt eigentlich ja geguckt. Hier war ja jetzt nichts weiter. Das ist nur diese Schubladen. Nach wie vor. Aber hier können wir nichts weiter rausnehmen. Und in der anderen war ja auch gar nichts von Interesse für uns. Ja. Okay, so kommen wir hier auf jeden Fall nicht weiter. Was haben wir denn sonst noch für Möglichkeiten? Oder was ist denn noch offen? Eigentlich ja dann wirklich nur Dr. Herman, den wir irgendwie ablenken müssen. Die Frage ist halt nur, wie. Mit unseren Sachen, glaube ich, können wir da nicht großartig weiter. Hm. Da müsste ich mir auf jeden Fall mal was überlegen, was wir da tun könnten. So, mit den Leuten hier haben wir ja eigentlich auch gesprochen. Victoria wird immer noch hier sitzen und nicht mit uns sprechen wollen, oder? Ich lasse sie jetzt allein. Okay, in der Bibliothek ist wahrscheinlich auch nichts. Das Bild. Das hat man ja schon eigentlich. Okay, jetzt hat sich das auch wieder erledigt. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. So, den Klobus, das hatten wir ja schon. Das haben wir ja gelöst, das Rätsel. Jawohl, da ist auch nichts weiter zu tun. Dann gucken wir mal hier hinten, ob wir da noch was finden. Aber ich vermute mal, dass das nicht der Fall sein wird. Können wir jetzt nochmal die Chronik von Warm Hill durchlesen. Das haben wir aber schon gemacht. Okay, nee, hier in der Bibliothek ist schon mal nichts. So, dann besuchen wir vielleicht nochmal Bates. Der ist bestimmt immer noch im Keller. So, hier ist ja auch nichts. Nur die Bilder von... So, und hier können wir nur in den Garten und hier ist auch nichts weiter. Nö. Gut, dann... Ja, gehen wir jetzt einfach nochmal so ein paar Stellen ab und gucken mal, ob uns das irgendwie weiterhilft. Aber er ist definitiv immer noch hier unten und schleift die Messer. Okay, das war Ansage. Dann geht's mal weiter. Ja, mit Robert wüsste ich jetzt auch nicht, was wir da großartig zu besprechen hätten, um ehrlich zu sein. Und mit Morris sind wir eigentlich auch alles durchgegangen. Also ich glaube, hier im Schloss wird wahrscheinlich nichts sein, was wir jetzt noch großartig tun könnten. Mal gucken. Jetzt, wo wir einmal hier sind, gehen wir die einzelnen Sachen jetzt natürlich auch durch. Mal schauen. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollten. Okay, dann gehen wir nochmal in Samuels Zimmer. Schauen wir uns da nochmal um. Will wir hier noch irgendwas finden? Nur die Schubladen auch, aber da ist ja auch nichts weiter drin. Da habe ich auch mal Hände gewaschen. Meine Hände sind sauber. Es ist schön warm hier drin. Ich sollte meine Kleider abends über den Stuhl hängen, damit sie trocknen. Das ist eine gute Idee, aber jetzt ist es noch nicht abends. So, in den Schubladen haben wir ja eigentlich auch schon geschaut. Dann ist hier auch nichts weiter. Gut, dann sind wir durch. Das möchte er sich ja nicht angucken. Nee, dann ist hier nichts weiter. Okay. Dann. Ups, nee, das wollte ich nicht so. Wir machen das mal so. Gehen mal direkt nach draußen. Oh, das ist ja ganz weit draußen. Okay. Gehen wir da zu Morris. Gehen und ihn nochmal befragen oder beziehungsweise gucken, ob wir noch irgendwas mit ihm besprechen können. Und wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir wahrscheinlich uns letztlich erstmal um Dr. Herman irgendwie kümmern. Ich überlasse ihn seine Arbeit. Okay. Er hat irgendwie meinen Klick nicht registriert, deshalb war da jetzt so lange gewartet. Ja, dann ist jetzt hier erstmal nichts weiter. Gut. So, bei der Kirche war jetzt nichts. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich entweder was bei Dr. Herman zu suchen oder in Willow Creek. Hm. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch irgendwas erreichen können. Eigentlich so viele Leute sind ja jetzt hier auch nicht, mit denen man sprechen kann. Und mit denen, mit denen man sprechen kann, haben wir ja schon geredet eigentlich. So, gibt's hier noch irgendwas zu melden? Ich brauche im Moment nichts von ihm. Im Augenblick habe ich ihm nichts zu sagen. Okay. Kann ich Sie sprechen? Jetzt nicht. Kommen Sie später, wenn das Spiel zu Ende ist. Okay, was ist mit dir, Harry? Mark. Harry, sagen Sie, ist Mark zuverlässig? Na ja, kommt darauf an. Er ist nicht gerade ein Heiliger, wissen Sie? Aber ich denke, für ein oder zwei Pfund macht er das, was Sie ihm sagen. Hm, das ist doch mal interessant. Okay, Mark. Darf ich Sie kurz stören? Tom hat mir gesagt, dass Sie gelegentlich für Dr. Herman gearbeitet haben. Tom neigt manchmal dazu, zu viel zu sagen. Ich bin schon seit einiger Zeit arbeitslos. Also nehme ich jeden Job an, der mir angeboten wird. Irgendwie muss ich Geld verdienen. Und es ist auf jeden Fall besser, für Dr. Herman Erledigungen zu machen, als für diesen miesen Bastard, Murray. Nun, ich brauche eine bestimmte Gefälligkeit von Ihnen. Es hat sogar mit Dr. Herman zu tun. Hm. Worum geht's denn? Ich möchte Folgendes von Ihnen. Ich höre. Ich möchte, dass Sie um eine bestimmte Zeit zu ihm gehen und ihn für ein paar Minuten beschäftigen. Klingeln Sie an der Tür und warten Sie, bis er nach oben kommt. Reden Sie über, was Sie wollen, aber halten Sie ihn so lange auf, wie es geht. Tja. Offen gesagt, mir gefällt dieser Plan nicht. Das sieht nicht gerade ehrlich aus, nicht wahr? Außerdem, wenn Herman erfahren würde, dass ich an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt war, würde er mich nie wieder beschäftigen. Nee, da suchen Sie sich lieber einen anderen aus. Ach, ich bezahle dich gut dafür, ne? Hören Sie, ich erwarte nicht, dass Sie das umsonst machen. Und das soll mich überraschen? Wie viel zahlt Ihnen, Dr. Herman? Kommt drauf an, was er von mir will. Nein, Sie verstehen nicht. Ich meine, was hat er Ihnen maximal bezahlt? Sechs Pfund am Tag, plus Verpflegung. Ich gebe Ihnen zehn. Das ist nicht schlecht für ein paar Minuten, oder? Zehn? Tja, das Geld wäre schön, aber... Sehen Sie, wenigstens habe ich bei Dr. Herman einen sicheren Job. Nein, ich kann's nicht machen. Na gut, ich gebe Ihnen zwanzig. Das ist mein letztes Wort. Zwanzig? Mensch, so viel Geld hatte ich schon ewig nicht mehr in der Tasche. Zwanzig Pfund auf die Hand und die Sache ist geritzt. Zehn jetzt und zehn später. Hm, okay. Um wie viel Uhr soll ich auftauchen? Etwa eine Viertelstunde, nachdem ich den Pub verlasse. Seien Sie pünktlich, sonst bekommen Sie nichts. Keine Sorge, ich bin pünktlich da. Ich bin schnell zum Leichenschauhaus gegangen, um Mark zuvor zu kommen. Hoffentlich kommt er pünktlich zur vereinbarten Zeit. Ja? Samuel Gordon, bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Ich muss mit Ihnen sprechen. Ja, kommen Sie herein. Ich bin unten in der Leichenhalle. Darf ich Sie einen Moment sprechen, Doktor Herman? Ja, aber wie gesagt, ich weiß nichts Neues. Das braucht seine Zeit. Also, wenn Sie mich immer wieder stören... Nein, nein, ich bin wegen einer anderen Sache hier. Ja? Also... Was wollen Sie denn, Gordon? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wo zum Teufel steckt dieser Mark? Haben Sie etwas gesagt? Nein, sehen Sie, ich habe nur... Wer ist denn das jetzt, verdammt? Wer ist da? Warten Sie hier auf mich. Ich komme gleich wieder. Ja, natürlich. Nur keine Eile. Ich glaube, mein Blutdruck steigt gleich ins Unermessliche. Also, wo ist dieser verfluchte Pfandschein? Vielleicht sollte ich beim Tisch anfangen. Ja, und den Pfandschein. Äh, nicht den Pfandschein. Den Obduktionsbericht. Äh. Okay. Wunderhübsch. Haben wir auch mal Henry gesehen. Na, dann gehen wir mal zum Tisch. Ist hier irgendwas drin? Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Da stecken wir einfach mal alles ein, was wir hier finden können, ne? Ein Gehirn. Ist das das, was ich denke? Lecker. Ein altes Mikroskop. So. Viele Dinge, aber nichts, was ich gebrauchen kann. Okay, dann da erstmal wieder raus. Sind noch mehr Schubladen. Oder? Nur die eine? Diese Schachtel ist mit Henrys Namen beschriftet. Henrys Pfandschein. Ausgezeichnet. Ich habe sie sorgfältig untersucht. Sie enthält nichts Wichtiges mehr. Okay. Daraus brauche ich sonst nichts. So. Aber wir wollten doch noch den Obduktionsbericht. Wo ist der denn? Hier kann man tatsächlich nur die eine Schublade anklicken. Hm. Die Modelle Miliamasa haben wir jetzt auf jeden Fall dabei. Hier ist ja sonst nichts weiter. Nee, hier ist nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Gucken mal, was wir hier noch finden. Ich meine, das ist noch die Leiche. Das ist eigentlich, was noch anzuklicken geht. Und hier geht eindeutig gar nichts anzuklicken. Können wir da ja auch nichts weiter machen. Henrys Pfandschein. Er war nicht leicht zu finden. Endlich komme ich an den Gegenstand, den Henry verpfändet hat. Ja, das ist wohl wahr. Okay, hier entdecke ich jetzt nichts weiter, dass wir anklicken könnten. Sind wir dann fertig? Ich gehe noch nicht. Ich muss mehr herausfinden. Okay. Dann habe ich irgendwo was übersehen. Aber es gehen die doch an zu... Nee, die läuft ja nur dahin. Dreckst sie geht auch nicht. Das sieht doch aus wie der Bericht. Das Gehirn. Hm. Was könnte sich hier noch verbergen? Irgendwo. Hier ist jetzt erstmal... Ein Stück Modelliermasse, um Abdrücke zu machen, würde ich sagen. Ja, das stimmt wohl. Aber was soll ich denn da mit abdrücken? Oder was... Könnte ich ihn hier sonst noch finden? Schlüssel. Na bitte. Der Schlüssel vom Müllcontainer, der vor der Leichenhalle steht, ist an diesem Bund. Es würde mich interessieren, zu wissen, was Herman so schnell loswerden wollte. Es muss der große Schlüssel sein. Die anderen sind zu klein. Ich kann ihn jetzt nicht nehmen. Herman würde es bestimmt merken. Okay, aber... Da kannst du einen Abdruck von machen. Ich habe einen Abdruck des Schlüssels in der Modelliermasse gemacht. Herman scheint zurückzukommen. Ich höre ihn auf der Treppe. Okay, das war's also. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein, natürlich nicht. Naja, ich war noch nie in einer Leichenhalle. Ich bin bloß neugierig. Sie haben einige ungewöhnliche Interessen, wie ich sehe. Wovon sprachen wir gerade? Äh, ich habe es schon völlig vergessen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein. Seistrom. Ich habe sowieso keine Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Nichts für ungut. Ach, ich bin es, der sich entschuldigen sollte. Ich will Sie nicht länger stören. Bis dann, Doktor. Wiedersehen, Gordon. Na, das haben wir doch gerade nochmal so geschafft. In der Modelliermasse ist jetzt der Abdruck des Schlüssels. Eine perfekte Kopie. Ja, jetzt muss das aber noch irgendwie ausgegossen werden, oder? Na gut. Ich würde vorschlagen, dann gehen wir nochmal zurück nach Willow Creek. Dann können wir erstmal Marc seine restlichen 10 Pfund geben. Und außerdem finden wir hier vielleicht jemanden, der uns den Schlüssel nachmachen kann. Mal sehen, hoffen wir mal, dass Marc jetzt hier ist. Na los, Marc. Sprich mit mir. Was wollen Sie diesmal? Es dauert nicht lange. Okay, ich höre. Wie ich sehe, haben Sie keine Zeit verloren, mein Geld auszugeben. Jetzt ist es mein Geld. Und ich gebe es so aus, wie ich will. Damit habe ich kein Problem. Hatten Sie genug Zeit, um das zu machen, was Sie machen wollten? Ja, hatte ich. Aber Sie hätten vielleicht auch etwas früher auftauchen können. Was haben Sie eigentlich da unten gemacht? Das geht Sie nun wirklich nichts an. Ja, ich habe damit auch kein Problem. Wenn Sie mal wieder etwas brauchen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass er uns den Schlüssel machen kann. Na gut, dann vielleicht fragen wir nochmal Tom oder auch Harry oder so. Vielleicht gibt es ja hier auch einen Schlüsseldienst, obwohl das wahrscheinlich ein bisschen schwierig würde, wenn du dann einfach mit zum Abdruck ankommst. Aber das werden wir schon rausfinden. Die Zeit ist an der Stelle auf jeden Fall erstmal wieder um. Deshalb geht es im nächsten Video weiter. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.